Kostenlose Gesundheitsmaßnahme kann dein ganzes Leben verändern. Schräg schlafen. Spezialisten der Schlafforschung haben herausgefunden, dass wenn wir schräg schlafen, wir viel, viel besser regenerieren. Was heißt das? Wenn wir gerade liegen, dann fließen die Körpersäfte, die verschiedenen Humore, das heißt unser Blut, unsere Galle und die verschiedenen Körpersäfte, die wir haben, nicht ab. Wenn wir leicht schräg liegen, das heißt, der Kopf 15 bis 20 Zentimeter höher ist als die Füße, wir also wirklich komplett schräg runter, nicht nur der Kopf oben, kein Kissen, kein Abknicken, wie im Krankenhaus, sondern wirklich die ganze Matratze schräg. Kann man hochbocken, kann man Kalt runter machen. Ich war in jedem Hotel, überall, wo ich unterwegs war, in jedem Airbnb immer in der Lage, mein Bett schräg zu stellen, weil ich nur noch so schlafen kann. Was passiert dann? Die Verdauung ist besser, der Kopfdruck wird abgebaut, Reflux entsteht erst gar nicht, der Stuhlgang ist besser, wir regenerieren besser und wir schlafen deutlich besser und kommen besser in Tiefschlafphasen. Eine kostenlose Maßnahme, um dein Leben zu verbessern, schräg schlafen, schau mal rein, ganz, ganz spannendes Thema.